Wir haben die Universität, also unser Zuhause, mitgenommen in den Telekom-Dom. Also, es ist eine tolle Show. Ich bereue es ein bisschen, meine Eltern nicht eingeladen zu haben, weil ich dachte, es wird eher langweilig, muss ich sagen. Aber es ist echt ganz schön geworden. Es ist schön, heute hier zu feiern. Es ist auch eine coole Location. Ich platze voll stolz. Ich könnte heulen. Ich habe ein Schiklos im Hals. Ich bin total erleichtert, aber auch richtig stolz und froh, dass meine Familie und meine Freunde hier sind. Heute Abend, da werden wir natürlich auch die Emotionen diesmal allerdings aufs Parkett bringen. ız Bis zum nächsten Mal.